Moin moin miteinander und willkommen zu Neverwinter. Ja, es geht weiter in Spinward Rise. Wir haben wieder einen Sack voll mit Quests. Und ich habe versucht Quests rauszusuchen, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Das ist mir auch gelungen, denke ich. Die kommen mir alle unbekannt vor. Wir müssen einmal hier Altarfeuerschalen reinigen. Dann müssen wir, glaube ich, hier einmal in den Heulernschlund hinein. Und hier müssen wir auch nochmal Luftelementare befreien. Ja, das wird ja alles ganz lustig, denke ich mal. Luftelementare, ja, setzen wir doch mal frei. Was hat er eben gesagt? Was hat er gesagt? Ah, der wird da jetzt... Der wird jetzt Stress machen. Wir helfen ihm ein bisschen. Ich werde euch... Irgendwas hat er gesagt? Ich werde euch helfen oder so. Ich werde euch zerstören. Ja, er meint hoffentlich nicht mich, ne? Warum gehen die auf mich los? Ach, weil das Elementar kaputt ist. So, mein Freund, hier. Hat er sich wegteleportiert? Ja, aber das ist ja ganz lustig, ne? Dass die endlich mal gegen den Gegner losgehen. So, und... Schwupps! Wo geht er hin? So, das wollte ich ja eigentlich auch gerade machen. Na gut. So, der Plänker ist, äh... Geschichte. Woin, 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 woin. Wir helfen auch hier ein kleines bisschen. So, zack. Wir sind fertig. Tada! So, ein paar arme Luft-Elementare haben wir befreit. So, veredeln. Zack. Okay. Orkan hat sich gerade wieder... ...voll gemacht. Egal. Wir haben jetzt was anderes zu tun. Also, die Frage ist, was? Wir müssen jetzt noch... Äh, ach ja. ...Altarfeuerschalen reinlegen. Teich des Chaos. Na, wie dem auch sein. Zack. Einmal am Fluss lang. Ich hab übrigens zwei Quests angenommen. Die mich beide in den heulenden Schlund finden. Wo geht's hier lang? Nach unten? Hier war ich aber bisher noch nie. Hier geht's wahrscheinlich auf die dritte Insel. Insel. Aha. Ich bin ja ein bisschen neugierig, ne? Schwing. Donnerkopf-Plateau. Ja. Das ist die dritte Insel. Also, man muss sie nicht freischalten. Man kann auch so hin. Okay. So, Donnerkopf-Plateau. Was steht denn hier? Äh. Donner, 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 Donner. Ist das das hier? Keine Ahnung. Na, egal. Ähm. Ich mach so ne ganz klitzekleine Runde. Einfach aus Neugier. Und dann geht's auch gleich aber zurück. In den heulenden Abgrund. Da haben wir ja zwei Quests, ne? Da haben wir, ähm, heulender Schlund. Hier. Slad-Beschwörer. Äh. Kaputt machen. Und, äh, die Sladi füttern. Ähm. Da müssen wir, naja. Leute retten, glaub ich. Passt also ganz gut, wenn wir beides da... Vor denen wurde ich gewarnt. Vor den Riesen. Aber das sieht ja geil aus. Ähm. Ich bin jetzt doch mal neugierig, wie stark diese Riesen tatsächlich sind. Ich wurde ja wirklich gewarnt und so. Mal gucken. Mal gucken, wie ich mich so mache. So. Rums, rums, rums. Und, äh, ausweichen. Au. Au. Hohoho. Wie unschuld. Ah, Hilfe. Heilung. Wird nicht mal gewarnt, ne? Dass die Riesen hier mit, mit... Steinen schmeißen. Wie irre. Die schmeißen wie irre. Das heißt, man muss eigentlich im Nahkampf kämpfen, aber im Nahkampf machen die auch mega schade. Huah, der flog aber. Ähm, Bon. Ah. Da hast du, mickriges Insekt. Ja, also die Riesen sind tatsächlich eine Herausforderung. Alter Schwede. Na gut, ähm, ich wollte ja nur so ganz kurz mal reinschauen. Das habe ich getan. Meine Neugier ist nicht ganz befriedigt, aber wir haben andere Quests. Wir haben andere Quests, das heißt hier würde ich jetzt nur Zeit vergeuden. So. Ah, ja. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Swing. Swing. So, also. Wir müssen in den heulenden Schlund. Ah, wir müssen auch noch hier oben hin. Hier, ähm. Irgendwie Weihrauch oder sowas, äh, sollen wir da entzünden. Ich gehe jetzt leider nicht weiter. Schade aber auch. Es, äh, lädt so gerade zum, zum Erforschen ein. Erkunden. Ist leider nicht schade. So, also irgendwie Altar, Altare. Ah, hier. Also keine Altare, sondern einfach nur, hier, Weihrauch. Und? Wie? Ich hätte gedacht, jetzt kommt so eine dicke Rauchwolke oder so. Hm. Woa, vorbeige, vorbeigehauen. So. Kommt jetzt vielleicht eine Wolke? Nö. Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. So, Ziel erfüllt. Ab zum heulenden Schlund. Ja, 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 genau. Bis zum Tod. Ist hier was verste... Ja, da ist was versteckt. Ah, nein. Ach, Mann. So, Schnitzel, Schnitzel. Ja, mit den Riesen geht das nicht so. Hier ist tatsächlich ein kleines bisschen was versteckt. Hinterm Wasserfall wahrscheinlich nix, ne? Nö. Nö, nö. Heute mal nicht. Heulender Schlund. So, ab in den Dungeon. Okay. So, hier ist hinterm Wasserfall. Was versteckt. Zack. Okay. Okay. Wir sind angekommen. Weiter geht's. Äh, ein tiefes, tiefes Loch. Und ein Lagerfeuer. Wir brauchen ja auch ein paar Hitpoints, also können wir uns ein bisschen... ...hier ausruhen. Ein paar Sekündchen. Äh. Okay, alles dunkel. Ritualopfer retten. Limbusportal schließen. Okay, los geht's. Ich hätte jemand seine Tränke vergessen. Hallo, ihr Sluddies. Und noch mehr Sluddies. Und noch mehr Sluddies. Hm. Okay. Piece of cake, ne? So, ein paar Minuten, ein paar Sekündchen, um uns mal umzugucken. Sieht ja alles schon ganz nett aus. So, hier waren die Ritualopfer. So, komm, du wirst nicht gefressen heute. Äh, wenn, wenn, wenn du dich retten lässt. So. Bist du jetzt gerettet? Lauf! Oh. Das ist ein Todes-Sluddy. So, was haben wir da? Das ist so ein Limbusportal, ne? Himmelsweber. Na, dann, komm mal her. Und das wird geschlossen. Party ist vorbei. 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 Weiter geht's. Eigentlich ist es, glaub ich, egal, in welche Richtung ich gehe, ne? Ich geh mal hier nach oben. Was haben wir hier? Wow. Leichnam untersuchen. Okay. Hm. Auch nicht schlecht, mal so eine kleine Variante. Nicht immer nur irgendwelche Kisten untersuchen. Heute war es ein Leichnam. Hätte ruhig mal eine größere Waffenverzauber dabei haben können. Der Gute. Oh. So, rot, blau, blau. So, das hätten wir auch. Was ist da hinten? Eine Kiste. Oh. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's zu spät gesehen. Das ist ein Mimicwar. Ich hab's zwar noch gesehen, aber... Da hat, äh... Konnte ich meinen Finger nicht mehr bremsen. Da konnte ich meinen Finger nicht mehr bremsen. Tja, sowas passiert manchmal. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt kann ich mich aber bremsen. Und ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt ein kleines Päuschen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge hier im heulenden Schlund.